ich sag nur ich bin so heiß wie ein vulkan und ich verbrenne mich da ja tanze samba mit mir die ganze nacht weil die samba uns fröhlich macht na damit geht es dir gut das hellenportal brennt ihr kleinen sklaven das macht was vorliegen im hintergrund ab sofort kann die hölle besucht werden los die los die logie nach hause los die berner sind die offizie sagen wie es dabei war noch ausschütteln ja ich schreibe jetzt das schild um das stand voll geschlossen wo ist das hellportal ich hab ne höhle gefunden will jemand zu mir kommen nein ey rekord ich habe eine folge geschafft mein haus nicht nicht wieder zu finden vielleicht gehen wir dann gleich zusammen rein oder nein noch nicht ich muss weg tschüss äh david bist du da bist du schon in der hölle nein ich stehe doch hier achso du bist das gar nicht so viel spaß noch beim weiteren spielen wir sehen uns irgendwann tschüss ja tschüss tschau magi nusen ja so jetzt kann der spaß beginnen hey leute rich will kommen ja ich glaub die aufnahme hört für heute auf nein mein krach äh wie soll der jetzt das spiel betreten ist es ok wenn ich gleich mal von der 6 Minuten weg bin und dann wiederkomme oder ist das böse nö kein problem ich wollte mir gleich was zu essen machen ja genau machen wir gleich einfach eine pause finde ich gut oder kann ich hausaufgaben machen Geil. Ja, nur Mathe. So. Hab ich schon gemacht. Ey, mach ein Foto davon. Ach komm, da hinten ist Eisen und da steht doch noch ein Creeper. Ey, Jonas. Ja, ja, ja. Hast du schon Mathe gemacht, Jonas? Äh, nein, nein, nein. Äh, warte, 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 wat war dat? Die Aufgabe fertig machen. Die Nummer 8. Ah, ne, fertig mal, ne. Ich kam nur bis zu. Ja, ich hab nur bis zu D gemacht. Warum reden wir über die Schule? Keine Ahnung, was die Schule geiles ist. Ja, genau, das finde ich kein gutes Thema, da kann der Jonas nicht mitreden. Ja, der alte Schottplatz-Dealer. Lol, Pilze. Geil, Pilze. Kannst erstmal einen rauchen. Du rauchst doch keine Pilze. Du bist, bist da. Also tun wir gleich um halb, also tun wir gleich um halb mal ne Pause machen und mit 10 Minuten. Oh ja, mein Ding. Ja, okay, ich erlaub's. Pfff. Wat willst du denn hier? Du hast keine Führerqualitäten. Dann wenn wir ne Pause gemacht haben, gehen wir alle zusammen in die Hölle und haben Spaß. What the fuck? What the fuck? Wat denn? Ja, gar nix. Ey, der David rafft schon wieder gar nix, ey. Äh, doch. Ne, du, ich bin... Und lass mal im Ding ich mein Einsicht. Achso. Fuck. Kuhschubs. Da hab ich eben noch dran gedacht, aber... Warte mal, du hast jetzt Kuhschubser gesteckt. Ja, ich wollte auch grad fragen, ist das jetzt die erste Kuh, die du getötet hast? Nein, die 110 Ton. Aber keine Ahnung. Das wird ja immer wieder neu angezeigt, das ist irgendwie... Naja, eigentlich ja nicht, ne? Doch. Ich hab ja vorhin auch noch mal ne Kuh geshütet, kam's dann auch nicht? Ja, aber nach ein paar Kühlen wieder, oder so. Ja, das kommt dann irgendwann wieder. Wieder, Koya. Ach, 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 da wird der auch so scheiße, ey. Und ist Miriam, ich steh zu meinen Witzen, ich bin geil. Äh... Das ist scheiße. Gut. Ich muss mal grad... Ist das falsch? Ja, ja, du bist bestimmt grad von nem Zombie angegriffen, oder so. Es ist Tag! Wolltet ihr gucken, wie ich mein Haus hier gebaut hab? Äh, ja... So, ich muss noch mal Kiste bauen. WTF? Hallo? Tag? Hi! Was sehen muss das hochsehen? Ah! Ich hab grad fast vergessen, dass ich ja gar nicht im Creative Mode bin. Hallo? Hallo? Was denn? Ja, natürlich. Ich bin einfach mal so meine geile Spitzhacke kaputt. Ich wette nicht, ich find jetzt nicht mehr den Teil, wo ich reingekommen bin. Siehst du? Find ich nicht mehr. Du findest nicht eingegangen zu deinem Haus nicht mehr? Ja, ich hab mich hier runtergekramt. Ich find die Treppe nicht mehr. Ach, von da kam ich auch so. Oh. Dumm-d-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum... Danni? Ja? Bist du noch bei dir daheim? Ich geh grad wieder zurück. Warum? Ich geb dir dein Elsen. Du geh in die Truhe! Ey, seid ihr aus Ostdeutschland, oder? Warte ey! Frau Hansen? Wannen sie beim Friseur? Das sieht so gut aus. Ja, Jonas redet über seine Freunde. Jonas, hier oben, hier oben, Jonas. Schläfst du ein mit Popo, die kratzt, wachst du auf mit Finger, die stinkt. Mir ist ganz duselig. Danke. Alter, nur 48 Eisen? Du hast mir drei Sexwells-Song gegeben. Das ist ja wohl keine... Ein Doof, Mann. Exe, exe, exe. Du Böder, Böder, Buh. Alter, ist doch nicht so viel wert wie Eisen. Ja, auf jeden, Digga. The fuck, ey. Bro, Checker. Check das aus. Kann ich Minecraft zweimal öffnen? Ähm, nein. Warum nicht? Das geht nicht. Natürlich geht das. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist doch. Oh, ich steh mal auf. Oh mein Gott, David streckt sich. Rennt. Alles rennt bitte, was noch rennen kann. So, jetzt geht's mir besser. Hallo, gehen wir eigentlich drauf? Was? Nee, weißt du? Wir tun nur so. Alter, erst mal drei Viertel vom Inventar voll mit Spitzhacken machen, ey. Kann's sein, du drückst. Löff das mal versehentlich, Chef. Nee. Was? Das ist einfach lustig. Gar nicht rein. So, hier hab ich immer noch ein bisschen Eisen. Alter, ich hab jetzt bald ne ganze Truhe voll mit Schaufeln und Spitzhacken, ey. Tja, die Schaufeltruhe. Ach so, ich hab fast ne ganze Truhe voll mit Schaufeln und Spitzhacken. Und dann ist das die Schaufeltruhe. Captain Objes. Ja, Schaufeln sind besser als Spitzhacken. Ey, David, hast schon wieder keinen Bock auf die Scheiße hier. Nein, ich muss immer in meine Welt gehen gucken, wie ich mein Haus gebaut hab. Pff. Mach doch einfach ein Screenshot davon. Ja, aber dann kann ich die Blöcke nicht so gut abzählen. Der guckt bei einer anderen Welt von dich, wie sein Haus da aussieht und baut das hier nach. Äh, nein. Wieso, what the fuck? Alter, der David ist ja fast genauso wie Adam Fittler, ey. Der hat doch die Siegelsocke verschoben. Jetzt verschiebt der David sein Haus von der einen Welt zur anderen. Bitte fragen Sie nicht nach dem Sinn. Aua. Doch, fragen Sie nach dem Sinn. Und wieder nach oben laufen. Scheiße. Und wieder runterfallen. Ne, doch nicht. Der David ist wie ein Döner. Nur Dömer. Das hat so Sinn ergeben können. Das finde ich aber nicht in Ordnung, wie du mich hier beleidigst, du Schlampe. Äh, Schwein. Wenn du dich als Döner bezeichnest, dann solltest du dich geertführen. Ist das so besser? Geertführen. Das ist die höchste Huldigung. Ja. Huldig dem David Döner. Das erste Kompliment, was ich von dir gehört hab. Das ist schon genug, der. Oh Mann. Kein Bock, runterzulaufen. Jetzt geht das ab hier. Oh, ranzen. Siehst du den Skurt aus? Äh, Jonas. Wie genau baue ich nochmal einen Zaubertisch? Oh, das wäre gut. Ich frage mich, wieso so viele Leute sich Crafting-Rezepte nicht merken können. Ich finde das irgendwie voll einfach. Ich weiß zwei Obsydia, also ich weiß Obsydia und Diamant. Aber ich habe jetzt keine Lust, ich habe jetzt aber keine Lust, das jetzt auszuprobieren. Jetzt verstehe ich, weshalb der David Französisch machen wollte, damit seine Aussprache wie so ein Franzose gesagt wird. Hä? Wann wollte ich denn Französisch machen? Achso, ja gut. Mein Freund, dich denn. Wie ein Einhorn. Wie ein Einhorn, das ist schlau. Ja, weil es ja so viele Einhörner gibt. Aber Einhörner lassen eher Hexen als Zauberer an sich ran. What the fuck? Harry Potter. Harry Potter. Ich glaube, der vierte Teil. Ich glaube, du bist ein bisschen betrunken. Nein. Na, Zombie? Ich kenne nur die Harry Potter Bücher auswendig. Aua. Wenn du denkst, dass der David ein kleiner Nerd ist, schreib es in die Kommentare. Genau. Nerd. Excel. Nerd. 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 What the shit? Da hinten kommt eine Hexe. Das... Wieso ist hier in der Höhle eine Hexe? Ich finde, Hexen sind irgendwie voll harmlos. Die hittest du fünfmal oder wie oft und dann sind die auch down. Ja, fünfmal oder wie oft. Null Problemo, Alter. So. Das wäre auch hier mit Alertischt. Alert. Alertischt. Kommt irgendwer mal gleich mit in meine Höhle. Nein. Nein. Das war Schieße. Nein. Oh, Arsch. Damit konnte ich keinen schlechten Witz reißen. Alter, das ist nicht zu glauben. Ja. Ich glaube, das... Ach, Lott, 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 Lott. Ich sag nur eins. Ah, Jesus, Maria und Josef. Was hat der ständig mit denen? Jesus, Maria und Josef. Ach so. Ja, da... Kein Problem. Kann mal jemand diesen fucking Regen abstellen, ey? Ernsthaft? Jemand? David? Es gibt nur den einen. Fuck! 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 Ihr blöden Ficker! Ich mach gar nichts mehr! Ich mach absolut gar nichts mehr hier! Ihr könnt alles selber machen, ihr blöden, blöden Ficker! Warte mal, wen verleidigst du jetzt? Euch! Weil ihr mir alle paar Sekunden einen Scheiß vorwurf macht, weil dieser verhurte Scheiß-Dringer ist. Und nur weil ich dann in einem verhurten Scheiß-Chat bin, muss ich diesen verhurten Scheiß-Skelette-Bang töten. Haha! Ey, der David geht gerade genauso ab wie mit seiner Hut, ey. Verhurte Scheiße. Verhurte Scheiße. Ja? Das ist verhurten... Ich bin schon einmal drauf gegangen, ja? Und hatte 30 Level. Jetzt hab ich grad mal wieder 19. Und natürlich geh ich jetzt wieder drauf. Nur, weil ich ein Scheiß-Befehl eingeben muss. Weil man ist ja zu faul, das selber zu machen. Wir können das nicht selber machen. Jonas, du konntest das letzte Folge immer machen Auch vorletzte Folge Warte, bin ich okay? Und jetzt, nee, jetzt vorhin hab ich dich geobbt Ja, also Ja, äh, bitte Ja, äh, die letzten 20 Mal hab ich's ja selber gemacht Ja, dann kannst du mich doch jetzt nicht beschuldigen Ich beschuldige ja gar nicht Es geht nur ums Prinzip Ihr hättet die ganze Zeit immer auch alle machen können Okay, gebt mir auch viel recht Ich mache es Ja Das letzte, was ich mache, ist, dir irgendwelche Rechte zu geben Da ist dir doch je gleich alles in Flammen Kannst du mir noch Rechte geben, damit wir den Tilo dissen können? Nein! Oh ja, MacPixel, das passt jetzt richtig krass Na, David, geht's dir gut? Ich denke schon So David, willst du mal grad den Regen abschleiten? Ich wollte Ich wollte Geil Äh, lol Alter, steht da einfach mal ein Creeper direkt vor meiner Haustür Ist das du die Ja, also sei froh, dass ich gekickt hab Ne, das war ja vorher Wir kicken niemanden, das haben wir gesagt Äh, du hast doch grad gesehen, dass ich jemanden gekickt hab, also würde ich mal sagen, hast du gelogen Ja, natürlich, jetzt kommen noch jede Menge Zombies Ja, natürlich, jetzt kommen noch jede Menge Zombies Die Urlaufen hat mal ein Regen aus Nö Das war ein Befehl David, du hast eine Führung qualitativ Mach doch selber Nö Geil Zugegeben, der geht mir auch megamäßig auf die Klöten, aber das... Machst du jetzt nur nicht aus, nur aus Protest Ja Nur um mich zu verarschen Da nicht so klappt das bestimmt Oh ja Jetzt hätte David und Daniel, äh, der Jonas eiskalt sagen müssen Ich weiß nicht mehr, wie der Befehl geht Ich weiß nicht mehr, wie der Befehl geht Jonas weiß ja, wie der Befehl geht, deswegen Das stimmt ja gar nicht Weißt du Ah, ne, den Witz kann ich ja gar nicht berühren, scheiße Du Hure Ey, wir haben, äh, so wie White Hitty letztens gesagt hat, doch auch einen gewissen Bildungsauftrag, ne? Wir müssen jetzt auch noch über irgendwas Konstruktives reden Pfff, was? Damit darüber, welchen Bauchumfang der Magnus hat Das ist konstruktiv, ey Wir haben dich an Bord, Tito, da können wir über nichts konstruktiv sein Können wir doch nur diesen Porto-Titel machen, dass der... Ja Ich wollte den Titel vorlesen Jaaaa, jetzt Warte mal... Jonas abonnent Jonas im Land der geilen Böcke Pfff Was war das nochmal? Bambi im Land der geilen Böcke Teil 26 Toll Als ja die Magpixel-Moke war Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's